und schön dass du dabei bist in diesem after effects tutorial erstellen wir eine phone swipe transition dafür habe ich mir schon mal einen clip von einem handy in after effects reingezogen diesen findet ihr in der video beschreibung zum download und zusätzlich habe ich hier vier bilder im vertikalen format auch in dieses projekt geladen als erstes erstellen wir uns von unserem von clip eine komposition einmal einen rechtsklick darauf machen und dann neue komposition aus auswahl dann haben wir hierfür schon mal eine komposition erstellt dann können wir auch schon unser erstes bild in diese komposition laden einmal darüber ziehen das ganze skaliere ich jetzt auf das handy schon einmal grob zu als ich drücke die taste s und skaliert das bild ob auf das handy ist eben das handy hier schon einmal gefüllt ist danach hat sich dieses bild in einer unterkomposition ich will das image 1 einmal aus mache ein rechtsklick darauf und packen es in eine unterkomposition lasse hier den punkt dass alle attribute in diesem clip belassen werden nenne die unterkomposition einmal in image um wechselt dann wieder in meine hauptkomposition möchte jetzt das bild hier auf meine handy bewegung tracken dafür wähle ich einmal meinen phone clip aus und suche mir hier den reiter tracker falls der bei euch nicht vorhanden ist einmal unter fenster und hier den tracker auswählen danach können wir hier einmal die bewegung verfolgen dafür wird ein trackpunkt erstellt hier wird aber nur die position getrackt wir wollen auch noch zusätzlich die drehung und die skalierung tracken wenn wir hier einmal durch den clip gehen sehen wir dass das handy auch irgendwann verschwindet bis zu diesem punkt möchten wir das ganze tracken dafür müssen wir unsere trackpunkte auch noch an den handyrand anpassen dafür vergröße ich aber erstmal unseren trackpunkt um das ganze genauer tracken zu können den ersten trackpunkt setze ich hier oben an den handyrand und den zweiten trackpunkt setze ich hier rechts an den rand weil der untere bereich von dem finger verdeckt wird danach beginne ich hier einmal mit der analyse nach vorne hier wird jetzt frame für frame unser handy getrackt wenn das handy verschwindet können wir hier die analyse beenden um den tracker jetzt anwenden zu können benötigen wir ein null objekt wo wir den tracker drauf zuweisen können dafür mache ich einen rechtsklick unter neu und erstelle mir hier ein null objekt wenn ich dann wieder meinen von clip auswählen und das ziel jetzt bearbeite kann ich hier jetzt mein null objekt einmal auswählen bestätigen ok und kann den tracker jetzt darauf anwenden dann fragte noch nach den x und y dimensionen die wählen wir hier aus das bild wird sich hier einmal unter mein phone clip und um jetzt unser bild hier noch auf diesen tracker zuzuweisen gibt es hier das auswahlwerkzeug dieses können wir einmal auf das null objekt ziehen und jetzt wurde das ganze dementsprechend verknüpft wenn wir das ganze jetzt einmal abspielen sehen wir dass das bild jetzt dieser bewegung zugewiesen wurde um jetzt das bild sichtbar zu machen braucht wir einen effekt für unseren von clip dafür gehe ich unter effekte und vorgaben und so mir hier einmal key light 1.2 einmal auf den von clip ziehen hier öffnen sich dann die effekteinstellungen und wir können jetzt die screen color hier einmal austauschen einmal auf die pipette klicken und auf den bildschirm dann können wir unser bild erkennen das passen wir aber hier noch etwas besser an wir können hier mal die sicht von final result auf screen matte wechseln dann sehen wir hier die schwarzen und die weißen farben wenn wir jetzt hier einmal screen matte öffnen können wir die werte für die schwarze und die weiße farbe noch anpassen die weiße farbe schraube ich etwas nach unten und die schwarze farbe schraube ich etwas nach oben danach tauscht die sicht wieder auf final result danach möchte ich hier noch die bildkanten entfernen ich möchte hier nur das bild auf meinem handy haben dafür will ich mir einmal das image aus also die unterkomposition von unserem bild suche mir hier das zeichenstift werkzeug und zeichne jetzt mal grob das handy nach danach passen wir noch das ende von unserem tracking an am ende verschwindet ja das handy hier aus dem bild und zu diesem zeitpunkt können wir auch die key frames von der position skalierung und drehung vom null objekt einmal entfernen also die hinteren key frames einmal auswählen und entfernen und dann die restliche bewegung einmal manuell einstellen das null objekt auswählen und das bild wieder anpassen das ganze muss nicht zu genau sein weil die bewegung relativ schnell abläuft danach können wir noch die bewegungsunschärfe also motion blur für dieses bild aktivieren einmal hier die bewegungsunschärfe auswählen und schauen dass das ganze hier blau leuchtet danach wollen wir unser hintergrund bild erstellen soll dasselbe bild wie auf dem handy sein nur unscharf dafür wähle ich mir einmal das image aus dupliziere das mit steuerung und die die taste m für die maske entferne hier einmal die maske und skaliere beziehungsweise positioniere jetzt das bild auf die komposition zu um das hintergrund bild unscharf zu machen suche ich mir und effekt und vorgaben einmal gorschen blur auf das hintergrund bild ziehen und den weichzeichnungs wert jetzt beliebig erhöhen danach müssen wir noch die verknüpfung mit dem null objekt aufheben einmal hier das ganze auswählen und auf ohne stellen danach können wir die swipe transition erstellen hier sehen wir dass sich der finger danach links bewegt und zu diesem zeitpunkt möchten wir auch diese zwei transition erstellen also suchen uns hier die stelle vorsicht der finger hier nach links bewegt machen dann einen doppelklick auf das handy bild laden dann unser zweites bild in dieser unterkomposition skalieren und positionieren das ganze noch und verschieben den anfang des bildes zu diesem zeitpunkt wo diese transition anfangen soll zu diesem zeitpunkt drücke ich auch die taste p für die position und erstelle ein keyframe wechselt dann wieder in die haupt komposition und schau wann der finger sich nach links bewegt hat zu diesem zeitpunkt sollte das bild dann auch im bild sein wechsel dann wieder in die unterkomposition erstellen noch ein keyframe für die position wechsel dann auf den ersten keyframe und sie das bild jetzt rechts außerhalb des bildschirms jetzt fliegt das bild hier dann rein ich mag hier dann noch meine keyframes drücke die taste f9 für easy ist und aktiviere hier auch die bewegungsunschärfe wenn es das ganze hier mal anschauen diesen vorgang kann ich jetzt noch einige male wiederholen suche mir wieder den zeitpunkt wo ich der finger von rechts nach links bewegt jetzt richtig jetzt jetzt die stelle wo das handy verschwindet wähle dann das hintergrundbild aus öffne hier einmal den effekte reiter so mit den gauschen weichzeichner setzte hier ein keyframe für die weichzeichnung und suchen wir den zeitpunkt wo das handy verschwindet und setzt den weichzeichnungswert dann auf den werten 0 dann haben wir hier unser hintergrundbild wieder scharf gemacht dann markiere ich noch meine keyframes drücke die taste f9 für easy ist und bin dann fertig mit dieser phone swipe transition